Luanas Geburtstag, 4 Jahre alt. Boah, der Dunggal. Was ist das? Nicht gut, kein Gast! Schlimmert deutlicher! Gäste! 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 Aber ganz schnell! Aber ganz schnell! Aber ganz schnell! Tati! Tati! Das ist das echte Motorrad. Das ist das echte Motorrad. Und wenn ich da mal fahren kann, kannst du auch fahren. Willst du jetzt auch mal drauf? Schnell weggedreht, schnell weggedreht. Was hat der Arzt eigentlich ergeben? Hat er es wieder gerechtet? Ja, nein, das war schon so weit, sagt er. Ja, aber jetzt habe ich eine Bluthuttersurie nehmen müssen. Und Blut habe ich nicht mehr Tabletten, das war viel jetzt momentan. Das heißt, deswegen habe ich ja Scheiße. Und der Zucker ist leicht gestiegen und ja, das Blutbild muss ja jetzt beobachtet werden. Und dann muss ich nächstes Monat aufs Band. Das ist auch richtig als Band. Fahrrad und Band. Ja, richtig Band, aber dann drüben Stück. Darf ich auch gleich mal mit Luanas Auto fahren? Ab! Passiv! Ab! Das T-Shirt auch. Lost Souls. Verlorene Seelen. Ja, ja. Oder er halzt damit so ein kleines Finger durch die Gegend. Stopp der Krust, bitte. Da haben wir, oder? Du, wenn sie jetzt der Papa und die Mama kommen, die Pau... Laus! Die Pau, die Pau! Die Pau, die Pau, die Pau! Die Pau, die Pau, die Pau, die Pau! Die Pau, die Pau, die Pau!